auch reichhaltigst belohnt. Romantische Landschaft, Schlösser, Flüsse, Steilklippen, vor allem an der Westküste Irlands, die auch die Insel der schweigenden Steine genannt wird. Wenn Sie sich Appetit machen lassen wollen auf eine ganz außergewöhnliche Tour, dann kommen Sie jetzt mit zur ersten unserer Traumreisen. Reisebegleiter ist übrigens ein Mann, den Sie sicher alle kennen, Frederik Meisner vom Glücksrad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017